So Leute, Baller Casino hier wieder am Start, Casino Club, Hot to Burn, Pragmatic Play, Real Kingdom hier oben, Powered by Pragmatic Play, Einsatz 1,20, wir gehen auf 60 Cent. Ja, los geht's. Ja, richtig Leute, Sitzung abgelaufen, warum nicht, warum nicht, warum nicht einfach mal gleich nach Start des Spiels Sitzung abgelaufen. Kann man machen, muss man aber nicht. Es startet sich nochmal selber, es rebooted, wie jungen Leute so sagen, nee. Da seht ihr es nochmal. Ja, alles wieder verstellt, nein. 60 Cent. Weiter geht's. Die Flammen rösten die Kirschen. Autoplay. Dann machen wir. Wir schauen mal. Lass uns überraschen. Die Flammen rösten. Die Flammen rösten. Ihre Flammen rösten. Aber drei Sterne, was kommt jetzt? Kommt jetzt was? Nö. Nur so. Ich habe drei Siebenen, aber das ist ... ... ... ... ... ... ... ... ... Okay ... Naja, warum nicht, ne? Warum nicht einfach mal einen Big Win bei 3,7? Keine Ahnung, was bei 5 passiert. Eskaliert das Ding komplett dort. Habe ich mich da ein bisschen zu weit rüber gemurgelt? Ja, die Früchte sehen schon recht lecker aus. Dann möchte man gleich mal reinbeißen. Wann macht er das immer? Vorhin hatte ich doch auch 3 Sterne, das hat nichts gebracht. Macht immer so, als ob es Sonderspiele gibt, wenn man etwas freispielen hat. Dann könnt ihr auch die Anleitung angucken. Ja. 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 Die Beleuchtung gefällt mir echt gut mit den Elgato Keylights Air. Mit dem Greenscreen, das gefällt mir auch ganz gut, dass ich da so ausgeschnitten quasi zu sehen bin. War schon eine schöne Sache. Schade, eine Küche hat doch noch gefehlt. Ich hätte da eine volle Reihe gehört. ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 gar nicht oder was soll Vielen Dank. Oh, schade, geht die Linie nicht ganz lang, aber scheint ja zu sein, Leute. Guck mal. 12 Euro oder was? Ja, mehr. 18. 18 Euro. Ja, schön. Okay. So ist das gemeint mit Scatter, zahlt sich an dieser Stelle aus. Oh, nicht schlecht. Okay. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Das war's für heute. Nicht schlecht, 48 noch mal Na gut Leute, auch nicht schlecht das Ding, hot to burn Kann man mal machen, keine Freispiele, aber kann man auf jeden Fall mal spielen, das Ding War nicht so schlecht, fand ich Ok Leute, danke für die Aufmerksamkeit, ihr wisst es Ja, haltet die Ohren steif, schönen Abend noch und bis zum nächsten Mal Ja 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 Ja